This is the home of the German Constitution. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. ...quasi den Abgeordneten bei der Arbeit auf die Finger gucken kann. Und das soll ja auch so sein, weil wir sollen die Bevölkerung vertreten. Wir sollen quasi Beschlüsse für das Land und für die Bevölkerung.